Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Horse Eden Eventing. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ihr Lieben. Ja, es ist soweit. Im wahren Leben ist ein neuer Monat angebrochen. Wir haben September. Das heißt, im Spiel haben wir ein neues Spieljahr. Somit können wir unsere Stuten wieder alle decken. Damit würde ich natürlich super gerne mal wieder meine Weltklasse Stuten decken. Meine beiden hier, Famous Queen, schickes Mädchen und die Tochter, auch ein Weltklasse Stütchen Hills Queen. Auch die möchte ich ganz gerne auf jeden Fall nochmal decken. Und ja, da werden wir gleich mal passende Hengste für aussuchen. Aber vorher zeige ich euch noch ein paar Pferde, die erwachsen geworden sind mit diesem Monat. Und zwar ist das Mr. Spot. Den hatte ich erst wegen der Farbe erstmal behalten. Der hat mir als Fohlen wahnsinnig gut gefallen. Grey Leopard Appaloosa. Und ja, hat aber nur dreimal Superb. Und jetzt bin ich dann doch an einem Punkt, wo ich sage, okay, Erwachsenen gefällt er mir dann jetzt nicht mehr ganz so gut und mit dreimal Superb, ja, ne, mache ich den Platz frei. Das heißt, der Hübsche hier kommt in den Verkauf. Ich werde es übrigens dann jetzt tatsächlich so machen. Ich werde bis zur nächsten Folge mal die Verkaufspferde alle, ja, zusammenstellen. Und dann werden wir die ganzen Pferde gemeinsam mal ins Auktionshaus packen. Und ja, er hier wird, wie gesagt, dabei sein. Dann haben wir Famous Dream. Ein dreimal Elite-Stütchen, ne, ihr wisst hier, ne, die Vergilbung, ne, das gefällt mir nicht ganz so gut. Aber, ja, sei es drum, ne. Sie hat dreimal Elite und damit bleibt sie für die Zucht natürlich erstmal da. Und dann haben wir hier Sweet Hazel. Wunderschöne Farbe. Richtig klasse Stütchen geworden. Hat zwar ein Premium zweimal Elite. Ist ein Red Dunn, aber auch sie bleibt auf jeden Fall erstmal in der Zucht. Und eventuell werde ich auch sie hier und die Stute davor heute auch noch mitdecken. Das schauen wir mal, wie das zeitlich so passt. Dann haben wir sie hier. Auch sie hat ein paar kleinere Vergilbungen. Ja, das ist jetzt nicht ganz so wild. Hat dreimal Premium, ist ein Brown Bugskin. Und sie wird definitiv auch in den Verkauf gehen. Wird sich also den kleinen Mr. Spot anschließen und, ja, mit in die Auktion gehen. Und dann haben wir hier Grey Delight. Ein super schickes Warblutstütchen. Ich finde sie mega hübsch. Ach, ja. Hm, Grillo Splashed White. Ganz schickes Mädel. Superb, Premium, superb. Aber ich glaube nichtsdestotrotz. Ja, wird auch sie mit in die Auktion gehen. Das machen wir dann, wie gesagt, nächstes Mal. Heute suchen wir erstmal einen passenden Hengst für unsere Ladies. Und, ja, wir legen mal los. Search. Search Horses. Das Drama nimmt wieder seinen Lauf. Das Drama nimmt wieder seinen Lauf. So, Stallion. Äh, Sports Horse. Dann Breeding, ganz wichtig. Ja, da sind wir mal wieder, ne? Es geht hier um Weltklasse Stuten. Zack, zack, zack. Obwohl ich glaube, sowas werde ich nicht finden, oder? Dreimal World Class. Gibt's das? Ich weiß nicht. Wenn, dann wird's wahrscheinlich sehr, sehr teuer. Aber, komm, spaßhalber machen wir das mal. Mal gucken, ob wir da was finden. Lowest to highest. Oh, es gibt tatsächlich etwas. Kostet? Oh, 45.000. Naja, was haben wir erwartet, ne? Was haben wir erwartet? Ne, komm. Ne, das ist das, ne? Hier. Äh, 66.000, das können wir uns nicht leisten. Definitiv nicht. Okay. Okay, also sie hat, ähm, sie hat, ähm, genau, wer denn von den beiden? Genau, sie hat Cross Country. Sie auch? Tatsächlich. Okay. Dann, äh, würde ich doch sagen, machen wir hier Elite und eins von den beiden. Machen wir's mal so rum. Guck mal mal. Ja, guck mal, das sieht doch schon besser aus. Elite, Elite, World Class. Braun, 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 Rowan Stallion. Dann haben wir hier Danilino, Rowan Stallion. Nehmen wir mal rein. Äh, ein Grillo. Oh, gucken wir uns auch mal an. Dann, dann haben wir hier Black Sabino. Äh, da, 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 da. Silver Mahagoni, Bray, Braun, Buckskin, Rowan, nee. Äh, der hier könnte vielleicht noch interessant sein. Der könnte vielleicht noch interessant sein. Was haben wir dann noch? Silver Mahagoni, Bray, Sabino Stallion. Okay. Okay. Zeig dir schon mal. Können wir uns mal angucken. Dann haben wir hier Mahagoni, Bray, Rowan, Tobianus Stallion. Näh. Näh. Ihn hier. Gucken wir uns mal noch an. Und dann wird's auch langsam preislich ein bisschen, ein bisschen zu eng für uns. Was haben wir noch? Light Bray, 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 Bray. Okay, den nehmen wir mal noch rein. Und ich würde sagen, dann ist auch Feierabend. Ja. Gut, gucken wir uns die mal an. Nee, das sind die Stuten. Moment. Da. Solar Magic. Moment mal, hatten wir den nicht schon mal? Ja, ne? Ich glaube, mit dem habe ich sogar schon mal gezüchtet. Ja, ich meine mich dunkel zu erinnern. Inside Full. Inside Full. Ein Gorillow sieht auch nicht so schlecht aus. Interessante Hufe hier. Sehr schick. Was haben wir noch? Magic Joy. Oh, ja der sieht doch mal gar nicht so verkehrt aus, Black Sabino. Der sieht ganz hübsch aus, was haben wir dann? Mando. Oh ja, der hat auch was. Du gefällst mir, Flexenreddansabino. Den finde ich schon mal sehr, sehr schick. Ja, Silver Mahagoni Beisabino. Ist auch nicht so schlecht, aber der davor gefällt mir auf jeden Fall besser. Ach guck mal, da haben wir wieder ein schönes Bild, aber ich glaube, den hatten wir auch schon mal. Das Bild kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Mal gucken. Ja, den kennen wir. Krieg. Okay. Okay. Blood Bay Rowan Sabino. Der sieht auch nicht schlecht aus. Ja, das waren sie auch schon. Also er hier wäre in der engeren Auswahl. Den finde ich ganz interessant. Den nehmen wir raus. Den nehmen wir raus. Der bleibt drin. Der auch erst mal. Ja. Ihn ja hatten wir halt schon mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Wir haben vier Stuten. Da muss einer noch raus. Ja. Wer die Wahl hat, ne? Ich glaube, ich lasse ihn hier drin, auch wenn ich ihn sehr schick finde, aber wir nehmen die vier. So, jetzt müssen wir die nur noch verteilen. Fangen wir mal mit ihm hier an. Der ist sehr, sehr schick. Der ist mal richtig hübsch. Oh, das wird so teuer, Leute. Das wird so teuer. Und wir müssen die auch noch testen, ne? Ah, wir müssen die auch noch testen. Ach du liebe Zeit. Ja gut, egal. Egal. Da wird die nächste Zucht etwas, ähm, etwas aufgeschoben. Okay. Ähm, wen nehmen wir denn da jetzt? Famous Queen? Hills Queen? Sweet Hazel hatten wir im Angebot, aber ich glaube, für sie würde ich den Hellen nehmen. Sie hier ist ja auch schon Sabino. Famous Queen auch. Flexen Red. Ähm, nee, warte mal. Dann nehmen wir sie hier. Sie nehmen wir für ihn. Hoffen, dass was Gutes dabei rauskommt. Und. Klick. A brown Rowan Sabino Cold. Zeig mal. Ui. Hallöchen. Jo. Boah. Ja. Gar nicht mal so verkehrt. Okay. Ihn hier würde ich, ähm, ähm, äh, was hatte ich eben gesagt? Wollte ich für ihn nicht, äh, Hills Queen nehmen? Ja, oder? Das würde doch ganz gut passen. Beides dasselbe, naja, fast. Einmal Rowan, einmal Done. Ja. Mal gucken, was sie draus machen. Schauen wir mal. A chestnut cold. Wow. Wow. Na ja, okay. Mal schauen, mal gucken, was die Bewertung sagt. Aber ist jetzt auch wieder ein Hengst, ne? Also, äh, irgendwie ist die Hengst-Saison eröffnet. Dann haben wir Inside Full und ihn hier. Jetzt muss ich nochmal gerade schauen. Sie haben wir, genau, Sweet Hazel. Ach ja, wollte ich sie nicht? Ne, sie wollte ich verkaufen. Jetzt bin ich durcheinander. Jetzt bin ich ziemlich durcheinander. Ich meine, gut, man könnte sie natürlich auch vorher nochmal decken, ne? Mal gucken, was rauskommt, aber... Äh, ja. Mal schauen. Mal schauen. So. Wie gesagt, wir haben Sweet Hazel noch. Wen hatte ich denn da jetzt eben noch? Das ist... Ach, das ist... Peinlich, peinlich. Peinlich, peinlich. Oh je. Oh je, oh je. Sweet Hazel. Auch gar nicht so schlecht. Wäre auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, die beiden packen wir mal zusammen. Und dann schaue ich gleich mal, welche Stute ich da eigentlich noch hatte, weil scheinbar habe ich sie versehentlich rausgeschmissen. A black filly. Wow. Ja, also farblich läuft's, ne? Farblich läuft's auf jeden Fall. Ja, ist eindeutig black. Kann man nix anderes behaupten, ne? So. Solar Magic. Entweder ich finde sie jetzt hier nochmal, oder aber ich muss sie nochmal in den Boxen raussuchen. Cursons Light. Brown Buck Skin. Was sieht das? Nee, Moment mal. Das war die, wo ich sagte, gefällt mir zwar die Vergilbung nicht, ne? Wer hat denn das noch? Ah, Moment, 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 Moment. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Famous Dream, ne? Ja, da ist sie doch. Mensch. Oh Mann. Alte Frau und so, ne? Alte Frau und so. Okay. Die beiden nehmen wir. Wir, würde ich sagen. Mal schauen, was mit dem Hengst diesmal rauskommt. A Red Roan Sabino Filiat. Das hört sich doch mal. Das hört sich doch mal gut an. Oh. Och, guck mal, ist die süß. Mit dem Pünktchen. Nicht schlecht. Gut. Jetzt geht's aber wieder ans Eingemachte, ihr Lieben. Ne? Ihr wisst Bescheid. Breed Approvals. Mal gucken. Was da rauskommt. Moment, fangen wir an. Wir haben jetzt, glaube ich, nur ein Stütchen, ne? Ne. Zwei und zwei. Okay. Dann nehmen wir jetzt als erstes mal, ne? Den ersten Hengst. Ja, immerhin dreimal Elite. Das ist doch in Ordnung. Das ist auf jeden Fall in Ordnung, kleiner Mann. Damit kann ich mal sowas von leben. Sehr schön. Dann nehmen wir als nächstes eine von den Stuten. Premium Elite Elite. Ja, ist so an sich nicht verkehrt, aber ich habe schon ein paar Rapsstuten mit, meine ich, sogar dreimal Elite. Von daher wird sie wahrscheinlich auch gehen müssen. Ob sie sich verkaufen wird, weiß ich nicht, weil, wie gesagt, sie ist nur black. Ne? Falls ihr da übrigens was im Hintergrund hört, das ist mein Kaninchen. Ne? Also, liebe Grüße von meinem Kaninchen Groupie. Und, äh, ja, wen nehmen wir als nächstes? Ich würde sagen, ihn hier. Und Premium Elite Elite. Ja. Ein Füchschen, das heißt, mit einmal Premium und zweimal Elite geht der in den Verkauf, sofern er sich verkaufen lässt. Ne? Weil auch hier farblich jetzt, ja, muss ich mal schauen. Und, dann haben wir hier noch die letzte Stute. Mal gucken. Und? Superb Premium Premium. Na, großartig. Ja, großartig. Ja, ja. Retro und Sabino. Ach, ihr Lieben, ich denke mal, sie wird auch in den Verkauf gehen. Ja. Gut. Der erste Hengst war gar nicht so verkehrt. Ich denke mal, den werde ich erstmal behalten. Und, äh, die anderen auf jeden Fall, das schwarze Stütchen und der Fuchshengst, gehen in den Verkauf. Und sie hier, ja, wahrscheinlich auch. Im Übrigen, wenn natürlich jemand Interesse an einem, wer Pferde hat, ne, die ich in den Verkauf schicken werde, möchte, wie auch immer, natürlich immer sehr gerne melden. Und, äh, ja. Ja, ansonsten, ihr Lieben, würde ich sagen, sind wir für heute auch am Ende. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Leider haben wir kein weiteres World Class Pferdchen bekommen, aber, ja, ich bin da sehr geduldig. Irgendwann wird's schon werden. Und, äh, ja. In diesem Sinne, ihr Lieben, machen wir für heute Feierabend. Meine eine verabschiedet sich für heute von euch. Habt einen schönen Tag. Denkt dran. Passt auf euch auf. Ciao, ciao. Ciao, ciao.